Am Alltag mit der Familie beginnen wir verstopfte Gefahren, die uns keiner nicht direkt erkennen. Durch die Ältere wird keiner über das Gefahren abzuklären. Auch im Internet können uns keiner über versteuernde Inhalte treffen. Über Themen wie Gewalt, Pornografie und Cybermobbing können wir als Ältere mit unseren Kindern sprechen, was sie so stärken, wie mit diesen unsicherheiten umzugehen. Weiß doch dir ihre Kanäle, wie sie mit problematischen Inhalte können umzugehen.